also ich glaube es dauert noch eine ganze weile bis ich mich an das mehrgewicht am vorderrad gewöhnt habe was einfach komplett anders ist ist noch viel weiter nach hinten mit dem manual anders, einfach alles anders... aber gut... kann man sich dran gewöhnen ein bisschen... ist das eine kokosnuss? es macht auf jeden fall geräusche... und wie es geräusche macht ja wir haben weihnachten 2016... es ist sonntag... und es ist verdammt warm... gefühlt so 15 bis 20 grad... völlig falsch eingekleidet und ich fahre gerade Plusrad... wie man sieht und ja... es wird kein dauerhafter zustand... aber jetzt fahre ich das mal eine weile kann echt nicht so viel grad was du an das für ein geräusch... wie macht dieser danny make ask it das... wie kann man rückwärts wheelie fahren... wie kommen wir zu... wie kommen wir zu... wie kommen wir ... Bis zum nächsten Mal.